Heute in diesem Video. Flo aus Pfullingen hat geschrieben per WhatsApp. Hier ist die SWR 1 Bahn Württemberg Hitparade. Flo aus Pfullingen hat geschrieben per WhatsApp. Könnt ihr theoretisch Platz 1 schon sehen oder könnt ihr nur eure Schicht als 6 Stunden vorausgucken? Florian, wir wissen tatsächlich schon Platz Nummer 1, aber verraten es nicht. Logisch, oder? Platz Nummer 602 kommt gleich. Flo in das Norde aus Won't Forget These Days. Und hier Platz 603, Die Simple Minds. Und Don't You Forget About Me. Das ist die SWR 1-Hitparade. Das ist die SWR 1-Hitparade.